Jo Leute, hier ist Banks. Heute reagieren wir nochmal auf Kolja Goldstein. Wir sind stärker als der Staat. Mehr sagen wir darüber nicht über. Ich kann machen, was ich will. Keiner kann mir ans Kahn pissen. Das ist die Wahrheit. Es ist jetzt aber ein Artikel von der Zeit herausgekommen, der das Image von Kolja Goldstein in ein etwas anderes Licht drückt. Und das Ganze schauen wir uns mal genauer an. Nachdem meine Reaction auf wie Gangsters Deutschrap von Funk gelöscht wurde, hatte ich eigentlich keinen Bock mehr nochmal auf Deutschrap zu reagieren. Meine Meinung zu Samra habe ich euch ja schon mitgeteilt. An sich kann ich über jeden Deutschrapper sagen, was ich will. Ich muss da kein Platt vor den Mund nehmen. Da wird keiner hier nach Gießen kommen. Ich habe aber einfach keinen Bock auf diesen Kindergarten. Deswegen wird es in diesem Kanal auch kaum was über Deutschrap geben. Zusammenfassend, Deutschrap ist natürlich mehr Kunst wie Realität. Es gibt den einen oder anderen Rapper, der mal ein Paket gesehen hat oder wo ein Cousin mal ein Paket gedrückt hat. Es gibt Verstrickungen zwischen organisierter Kriminalität und der Deutschrap-Szene. Im Normalfall stehen die Kriminellen aber, wenn überhaupt, im Hintergrund, im Management oder Rücken quasi der Rapper. Und der Großteil ist einfach nur, ja, Kunst. Ich finde es generell auch ziemlich lächerlich, dass jeder einen auf Dealer und Gangster macht. Weil was ist das für ein gesellschaftliches Bild, was man der Jugend mitgibt? Ein gefühlt neun von zehn Songs in Deutschland wird über Kilos drücken und sonstige Straßensachen gerappt. Und wenn das Ganze dann auch noch fake ist, ist das einfach nur peinlich. Dann kommen wir zurück zu Collier Goldstein. Der hat ja ganz eine Pseudo-Gangster-Realität im Deutschrap eine Schippe draufgesetzt, hat über Tonnen von Kokain gerappt und über echte Mautfälle. Denn einer meiner Freunde hat einen seiner Freunde in Säure aufgelöst. Was für Rocker im Rücken. 2016 wurde hier einer meiner Freunde schon der Kopf abgeschnitten. Klack, wer macht hier mit Gurken sein Geld? Wer unterobert die Welt? Zinaloa-Kartell. Er hat den Leuten, die die Fake-Gangster-Welt im Deutschrap, die das abgefuckt hat, neue Hoffnungen auf Realness im Deutschrap gegeben. Ich habe damals schon gesagt, dass Collier eine Kunstfigur ist und der natürlich das Ganze ein bisschen ausbaut. Damals war ich der Meinung, dass Collier die Doku gestellt hat. Er hat im Prinzip nur ein halbes Gramm gezeigt und ein bisschen darüber geredet. Irgendein Hafenabteil gezeigt. Eine Waffe, wo der Schalldämpfer nicht mehr draufpasst. Also strafrechtlich gar nichts Relevantes, sonst wäre er ja auch nicht aktuell auf freiem Fuß, sondern hätte irgendein Ermittlungsverfahren am Laufen. Ich habe aber trotzdem die Meinung vertreten, dass Collier zumindest realer ist, wie der Großteil der Deutschrapper und mindestens mal Kontakte ins Milieu hat. Noch ein kleiner Hinweis. Das Shirt, was ich anhabe, gibt es im Pre-Sale, limitiert auf 99 Stück. Link ist unten in der Infobox. Den Artikel von der Zeit über Collier habe ich euch unten verlinkt. Den könnt ihr euch auch komplett durchlesen. Der geht über vier Seiten. Ich habe euch hier die wichtigsten Argumente zusammengefasst. Am Anfang des Artikels stellen die Journalisten die Frage, kann das wirklich sein, dass ein deutscher Musiker an all diesen Taten beteiligt war, ein Frontsoldat im globalen Drogenkrieg? Collier hat ja als erster deutscher Rapper echte Morde in seinen Songs verarbeitet, künstlerisch. Das Ganze aber so dargestellt, dass er beteiligt war, teilweise, oder zumindest sein Umfeld darin beteiligt war. Einmal rappt er sogar, dass er einer der Schützen sei. Was die Zeitung nicht weiß, ich bin einer der Schützen. Collier hat auch beim YouTube-Format 26 Minuten TV ziemlich Welle gemacht. Er hat dort über seine vermeintlichen Straftaten berichtet, zum Beispiel über eine Schießerei in Dänemark. Genau, wie war deine Zeit in Dänemark? Du bist dort auch in Haft gelandet, du hattest da mehrere wilde Sachen so. Ich war da zehn Wochen in Haft, weil es ein bisschen Trouble gab. Aber kannst du sagen, was für Trouble? Es gab eine Schießerei, ja. Leute haben nicht, sind ihren Verbindlichkeiten nicht nachgekommen, ihren Absprachen, ihren Zusagen. Muss eine gute Antwort geben, wenn man in dem Geschäft wirklich erfolgreich sein will. Ich habe auch erzählt, dass er angeblich über ein Jahr im bosnischen Knast saß. Ich bin nach Bosnien, ich habe dann jemanden kennengelernt, die Geld bringen, einen größeren Geldbetrag. Und dann bin ich ins Gefängnis von Bosnien. So ein Zeitpunkt bist du so 20 oder sowas? Ja, ich bin dann da in Pavillon gekommen, in Zenica. Zeit schreibt hierzu, es gibt Gerichtsurteile, die von seinem Weg erzählen. Man kann niederländische Staatsanwälte befragen und sich im bosnischen Gefängnis erkundigen. Irgendwann steht die Frage im Raum, ob der angeblich herzeste Rapper der Republik einfach nur ein Hochstapler ist. Es gab eine Schießerei, weil es ein bisschen Trouble gab. In der Tat gab es hier einen Bandenkrieg, wo ein 26-Jähriger zunächst auf mehrere Jugendliche schoss. Dann offenbar wahllos auf zwei unbeteiligte Radfahrer. Und wie die Zeit hier schreibt, ist auch Goldstein zum Zeitpunkt 26 Jahre alt. Wieder Täter. Das Problem ist aber, der Schütze heißt, wie die Zeit herausgefunden hat, Belal Nabil H. Und Kolja Goldstein heißt mit echten Namen Nikolas Thomas S. Das ist mir passiert. Und dann gehst du da in den Knast rein. Ich bin dann da in Pavillon gekommen, in Zenica. Die Zeit hat sich auch die Mühe gemacht und im Gefängnis im bosnischen Zenica angefragt, ob Kolja Goldstein, also Nikolas Thomas S. mal bei ihnen eingesessen hat. Die haben auch ein Statement abgegeben, das sie Nikolas Thomas S. a.k.a. Kolja Goldstein nicht kennen und der auch nie dort eingesessen hat. Allgemein nochmal zum Format 26-Minuten-TV. Interessantes Format. Ich habe mir auch schon einige Folgen angeguckt. Ich wurde auch schon oft gefragt, warum gehst du nicht zu 26-Minuten-TV? Problem ist, bei mir läuft aktuell immer noch das Ermittlungsverfahren. Und das ist nicht sonderlich schlau, sich dann zu 26-Minuten-TV zu setzen. Die Ermittlungen laufen jetzt schon seit 18.01.2021, also schon eineinhalb Jahre jetzt. Nach meiner Entlastung wurde der Haftbefehl außer Vollzug gesetzt unter Auflagen. Also ich habe jetzt eine dreifache Meldeauflage. Ich hätte gerne mal einen Barstaff-Vlog gemacht, geht aktuell mit Ausreisen leider nicht. Aber wenn es was Neues in meinem Verfahren gibt, ich sage euch auf jeden Fall Bescheid. Zurück zu Kolja. Die Zeit bezieht sich hier auch noch auf einen Instagram-Post von Kolja, wo es um eine Verfolgungsjagd in Rotterdam aus dem Jahr 2019 geht. Dazu schreibt die Zeit, aus einem Range Rover wird plötzlich das Feuer öffnet. Dazwischen schneidet Goldstein ein Selfie-Video. Er sitzt in einem Auto, zieht sich eine weiße Sturmmaske vom Gesicht. Dazu schreibt der Rapper, an wen das Video gerichtet sei. Für alle Ermittlungsbehörden, die die Puzzleteile nicht zusammenbekommen. Die zuständige Staatsanwaltschaft in Rotterdam, die für den Fall zuständig ist, schreibt aber, dass sie den Rapper und das Video kennen. Kolja wollte sich wohl nur ein Street-Image aufbauen und jeder kann das Video im Internet herunterladen. Die Zeit hat auch noch viele andere Staatsanwaltschaften und Polizeieinheiten angefragt, was sie von Kolja Goldstein halten. Die Beamten haben aber, Zitat, abgewunken, weil sie ganz andere Kaliber verfolgen würden. Kolja erzählt ja auch von einem Tatverwurf, wo es um 864 Kilogramm Marihuana und 4,2 Millionen Euro inkriminiertes Vermögen gegangen sein soll. Mit seiner Verhaftung sei dann alles weg gewesen, sein gesamtes Vermögen. Sie hätten sogar die Champagnerflaschen mitgenommen, die Cops. Ich hatte damals einen Tatverwurf, 864 Kilogramm Marihuana für 4,2 Millionen Euro inkriminiertes Vermögen. Da wurde alles eingezogen, was ich hatte. Also da ist nicht viel auf deinen Namen gehabt, weil alles, was du halt dir gekauft hast, alles war auf einen Schlag weg. Da waren die Asservate, Champagnerflaschen, ich schicke dir das alles. Ja, da bin ich, glaube ich, fast eineinhalb Jahre in Urhaft gegangen dafür. Das ist schon korrekt, weil so ein Verfahren wird alles, was irgendwie einen Wert hat, mitgenommen. Also mein Zellnachbar in Butzbach, dem haben die sogar seine kompletten Schuhe weggenommen. Der war irgendwie eine Woche vor seiner Verhaftung für 5,6K bei Louis Vuitton shoppen, haben die alles mitgenommen, weil er den Einkauf in den Bar getätigt hat und laut Vorwurf das ganze Geld aus dem BTM-Handel war. Zurück zu Collier, soll eineinhalb Jahre eingesessen haben. Selbst seine Freundin soll 400 Tage in Urhaft gewesen sein. Die Zeit hat recherchiert. In Bayern saß Collier sogar wirklich im Knast. Insgesamt zweieinhalb Jahre bei zwei verschiedenen Verfahren. Und Colliers Ex saß wirklich drei Monate in Urhaft. Es ging auch in beiden Verfahren um Cannabis, allerdings nicht ganz in dem Ausmaß, wie Collier das dargestellt hat. Es ging nämlich nicht um 864 Kilo und 4,2 Millionen Euro, sondern ein Zitat um Marihuana im Wert von 1.975 Euro, die er für 242,7 Gramm erhalten hat. Das ist eine bisschen andere Größenordnung, wie er das dargestellt hat. Also um das mal in den Kontext zu setzen, 240 Gramm, das raucht ein Hardcore-Kiffer in ein, zwei Monaten weg. Seine Ex-Freundin saß auch nicht, wie behauptet, aus Schikanenhaft, sondern wurde als Mithilterin verurteilt, weil sie Collier anscheinend in dem Kellerabteil ihrer Großmutter 38 Gramm Kokain hat bunkern lassen. Und sie hat auch nicht eisern geschwiegen, sondern sie und Collier haben beide gestanden, um eine mildere Strafe zu bekommen. Schieee! Schieee! Aber wirklich sehr krass, dass du für so eine kleine Menge eineinhalb Jahre in Haft musstest. Also klar, es ist in Bayern. In Bayern wirst du viel härter bestraft wie in allen anderen Bundesländern für Drogendelikte. Aber für 240 Gramm Gras und 38 Gramm Kokain eineinhalb Jahre einzusitzen, ist schon wirklich krass. Also selbst für bayerische Verhältnisse und ich denke nicht, dass das heutzutage nochmal zu so einem Urteil kommen würde. Also auch bayerische Gerichte tun da mittlerweile ein bisschen realitätsnah Urteilen. Es gibt aber noch ein zweites Urteil, das ist noch lustiger, ehrlich gesagt. Collier hat wohl geplant, mit zwei Kollegen eine Cannabis-Plantage aufzubauen auf einem Bauernhof. Sie haben mit den Bauern einen vermeintlichen Deal abgemacht, dass sie dort anbauen können, die Räume gemietet. Problem ist nur, der Bauer hat die hochgenommen, hat nur zum Schein den Deal angenommen und hat die Polizei informiert. Collier war in dem Trio wohl zuständig dafür, die Plantage aufzubauen. Sie haben im Nachhinein aber erst gemerkt, dass auf dem Bauernhof gar kein Wasser- und Stromanschluss ist. In dem Urteil steht dann, sie gaben den Plan auf. Er wurde also nur wegen einer Verabredung zu einer Straftat verurteilt. Auch hier hat der bayerische Staat Collier wirklich hart gefickt, ein Jahr für einen Plan in der Plantage aufzubauen, der nicht mal ansatzweise in die Tat umgesetzt wurde. Ich weiß nicht, ob ich das im Studium mitbekommen habe oder wo ich dieses Urteil her habe, aber ich habe das irgendwie im Kopf, dass es mal ein Urteil gab, wo jemand freigesprochen wurde, der eine Plantage hatte, weil die Plantage wohl so schlecht gewesen sei, dass da gar nichts bei rumgekommen wäre und deswegen hat die Person einen Freispruch bekommen. Das wäre vielleicht auch mal eine gute Argumentation für Colliers Anwalt gewesen. Auch hier hat Collier wieder gestanden, um seine Strafe zu mildern. Obwohl, wie gesagt, ein Jahr Knast. Nur für diese Idee, Bayern ist krank. Und dieses Urteil hat er dann als Verabredung zum Mordverbrechen dargestellt. Er hat auch angeblich Bildhauerei an der Akademie der Bildenden Künste in München studiert. Die konnten seine Studentendaten aber leider nicht finden. Die Zeit hat auch bei Collier angefragt, um offensichtliche Missstände in seinem Lebenslauf anzusprechen und ihm ein Statement abgeben zu lassen. Zwei Treffen hat er kurzfristig verschoben und ein drittes dann über seinen Manager absagen lassen. Er müsste aufpassen, mit wem er rede. Kann schon sein. So, Medien vertränen ihm oft das Wort im Mund. Also was du sagst, ist nicht immer das, was dann auch wirklich so rüberkommt. Da werden teilweise Sequenzen, sogar Ton und Bild, so verschnitten, dass du ganz andere Sachen sagst. Also ich kann seine Skepsis gegenüber Medien schon verstehen, aber es wirkt hier schon so, dass er da eben nicht so die Argumente einfach gegen hat, weil es ziemlich eindeutig scheint, dass er gelogen hat über seine Vergangenheit. Collier baut seine Künstlerfigur aber ziemlich intelligent auf. Das muss man ihm lassen. Er berichtet immer von Cold Cases, also Fällen, wo kein Täter ermittelt wurde. Das heißt also, er kann straffrei darüber rappen, weil ihm kann niemand nachweisen, dass es war. Auf der anderen Seite kann ihm aber auch keiner sicher nachweisen, dass er eben nicht daran beteiligt war. Er hat da schon was geschaffen, eine künstlerische Figur, die polarisiert. Er schafft immer diesen Drahtseilakt zwischen Realität und Kunst und spielt mit der Ungewissheit. Das macht ihn eben auch interessant, polarisiert und hat ihm diesen Hype gegeben, den er jetzt hat. Also ich muss sagen, Respekt. Er hat seine Künstlerfigur krass aufgebaut. Er weiß, wie man das Spiel spielen muss. Langfristig sollte er als Künstler meiner Meinung nach einen anderen Weg einschlagen. Über Morde und Kokainhandel zu rappen polarisiert und kann ein krasses Image aufbauen, aber Mord ist etwas Schreckliches und auch nichts Krasses, sondern eher etwas Armseliges. So generell diese Chlorifizierung von auch Mafiapaten, Kartellen und so weiter in der Gesellschaft. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Und ich glaube, das kommt davon einfach, dass die Leute so ein langweiliges Leben haben und sich deswegen irgendwie zu dem Bösen hingezogen fühlen. Leute, die morden, sind aber keine Ehrenmänner, sondern ehrenlose, gottlose Menschen. Und die Mörder, die ich in der JVA Butzbach getroffen habe, das waren keine krassen Leute, sondern richtige Opfer. So meiner persönlichen Meinung nach, von meinem Gefühl her, ist Collier nicht der Schwerkriminelle, wie er sich darstellt, aber er hat wahrscheinlich im Knast ein bisschen Kontakte zu wirklich Schwerkriminellen bekommen. Kann schon gut sein, dass er gut vernetzt in die Szene ist und auch damit ist er schon realer wie der Großteil der anderen Deutschrapper. Sorry, aber ihr müsst von der Illusion runterkommen, dass Deutschrap Schwerkriminelle sind, die sich ans Mikrofon stellen und rumsingen. Er ist ein krasser Künstler. Ich hoffe, dass er in Zukunft in seiner Musik ein bisschen von diesem Gangsterfilm runterkommt und andere Themen in seiner Musik verarbeitet. Das war's schon mit dem Video. Bis zum nächsten Mal.